Und damit herzlich hallo zu einem kleinen, ich sag mal, naja, Infovideo, wenn nicht sogar ein bisschen gemeckere, alles in einem. Es geht heute um Batman Arkham Knight. Wie einigen von euch bekannt sein durfte, kommt dieses Spiel, lasst mich nicht lügen, deswegen guck ich mal kurz auf den Kalender, durfte es am 23., also am Dienstag, in den Läden stehen und überall über YouTube flimmern. Und wenn wir Glück haben, können wir es sogar schon am Montag oder Samstag oder Sonntag spielen. Nun, wie es aussieht, wir haben kein Glück, so wie immer. Ja, denn, naja, diejenigen von euch, die sich da ein bisschen informiert haben, wissen, dass Arkham Knight immer und immer und immer wieder verschoben wurde. Und jetzt kommt es offenbar zu einem finalen Problemchen. Ich zitiere mal einen kleinen Text, den ich vorhin gesehen habe im Internet, nämlich schrieb Batman News, dass Amazon derzeit ein kleines Zettelchen an jeden rumschickt, der auf der Playstation 4 die Batmobile Edition vorbestellt hat. Nämlich lautet das Ganze, Also, alle, die jetzt für die Playstation, die Batmobile Edition bestellt haben, Pech Gibt's nicht. Ich für meinen Teil war sehr, sehr abgefuckt, dass es diese verdammte Batmobile Edition, die ich nämlich haben wollte, nur für Playstation 4 gibt, weil ich keine habe und das Ganze auf PC spielen wollte. Ich könnte jetzt hellmisch sein und mich darüber freuen, aber ich glaube, wenn ich das tue, wird das Universum mit gleich wieder voll in die Fresse hauen. Aber für die Leute, die jetzt die Batmobile Edition vorbestellt haben, gibt's immer ein kleines Trostpflaster, denn für die, ähm, naja, verschenkt jetzt quasi Amazon die Steelbook Edition von Batman Arkham Knight an diejenigen, die sozusagen die Batmobile Edition vorbestellt haben. Ähm, ihr kriegt jetzt also einen Code von denen irgendwann mal zugeschickt, den man irgendwie bis zum 1. Juli einlösen kann, oder wie war das hier? Ja, diesen Aktionscode kann man bis zum 1. Juli 2015 kostenlos, äh, quasi benutzen und dann halt das Steelbook kriegt man. Die Steelbook Edition ist die, die ich als zweites hätte haben wollen, die gibt's natürlich auch nur für Playstation und Xbox. Die haben ja das Problem, ich will auf dem PC spielen. Also ich, der ich die Steelbook Edition haben wollte, muss natürlich wieder tiefer in die Tasche greifen und mir die Limited Edition mit dieser tollen Statue besorgen, zu der ich auch noch ein Unboxing machen wollte. So, jetzt dachte ich mir, okay, naja, ist natürlich wieder Drama um nix. Mal gucken, wann meine Limited Edition im Laden, nicht im Laden, hier bei mir vor der Tür steht, weil ich ja bestellt habe über Amazon. Wir haben nämlich gerade auch noch das Problem, dass Poststreik ist und keiner weiß, wer wann welches Paket ausliefert, ob DHL überhaupt davon betroffen ist und so weiter und so fort. Jubel! Also steht das Schicksal so ein bisschen auf der Kippe, dachte ich mir. Dann aber habe ich in den Kommentaren von Batman News unter diesem Artikel noch einen weiteren Artikel gefunden, der dabei sagte, ja, es gibt auch Qualitätsproblemchen, was die Limited Edition betrifft, denn da wurde irgendwo das CE-Siegel vergessen raufzukleben. Also wird die Limited Edition wahrscheinlich auch so, um mindestens zwei Wochen verschoben. Es gibt, ihr wisst ja, ich spiele überwiegend alten Scheiß und bin auch, ich stehe dazu, ne? Ich weiß, mit alten Scheiß wird die Zuschauerschaft nicht gerade größer. Aber so ein, zweimal im Jahr kann man ja mal was Aktuelles spielen. Letztes Jahr war es Modus Schatten, um so ein bisschen einen Abonnenten-Boost zu kriegen. Ich gebe das jetzt mal auch ganz offen zu. Natürlich ist das auch Eigenwerbung, wenn man aktuelle Spiele spielt. Natürlich funktioniert das nicht, wenn man das Spiel erst drei Wochen nach Start spielt, weil es mittlerweile schon jeder auf YouTube spielt und die eigenen Videos irgendwo in den Nirvana-Ebenen verschwinden. So, was machst du jetzt an so einer Stelle wie einem von mich? Du hast jetzt die Wahl. Du kannst doch mal die normale Version bestellen. Du kannst in irgendwelche Computer Läden rennen und gucken, ob die das Spiel irgendwie früher haben oder holst du die Digital-Version auf Steam und zahlst quasi für gar nichts. Ich werde nichts davon machen. Ich habe diese verdammte Edition bestellt und ich werde maximal noch in den Läden gucken, ob jetzt vielleicht die vor dieser Limited Edition noch irgendwo zu haben ist. Wenn nicht, dann können sie mich alle mal. Müsste ich mal so offen sagen. Wenn ich jetzt nirgendwo die normale Version des Spiels herkriege und sich das Ganze wirklich verzögert, dann werden wir entweder später anfangen müssen zu spielen, so leid es mir dann auch wirklich tut, um euch und um meine Abo-Zahlen. Oder gar nicht? Naja, gar nicht. Ich wäre ein bisschen drastisch, denn ich will es ja spielen. Ihr wollt es auch spielen. Wir haben uns jetzt so lange darauf vorbereitet, indem wir die ganzen alten Arkham-Teile gespielt haben. Das ist alles wirklich schön vorher bereit. Das wäre jetzt schade, wenn wir es nicht spielen. Also wir werden es spielen. Aber es kann sein, dass wir später erst anfangen mit dem Spielen. Ich bitte deswegen an dieser Stelle um Verzeihung und, ähm, naja, Nachsicht für Dinge, die ich eigentlich gar nicht verbrochen habe, sondern, naja, äußere Umstände. Ich besitze derzeit nicht die finanziellen Mittel, mir haufenweise Editionen zu kaufen, nur weil die meinen, ja, geht nicht. Und die großen Let's Player, die werden sowieso wieder ihre tollen Presse-Versionen zugeschickt bekommen, wahrscheinlich schon vor zwei Wochen, und haben dann warten dann nur darauf, dass die Embargo abläuft, damit sie die Folgen endlich raushauen kann, die sie schon vor Ewigkeiten gespielt haben. Es ist... Fair ist anders, aber ist ja auch egal. Das ist... Weißt du, die verklagen jedes Mediengeschäft, dass ihre Spiele zwei Tage vor Release veröffentlicht, weil das ja ein unlauterer Wettbewerb ist, aber selber sorgen sie nicht dafür, dass das auf anderen Plattformen quasi ein lauterer Wettbewerb, wenn man es denn mal so nennen möchte, ist. Ich weiß, wir sind alles Kollegen und Freunde und so weiter, lalala, aber trotzdem, da ist auch noch so ein bisschen an... Jetzt muss aber mal was kommen dabei. Gut, wie beende ich dieses Video jetzt, ohne wie ein gieriges Etwas zu wirken, das sich noch nicht mal fein genug dafür ist, sich für dieses Video rauszuputzen, wie man vielleicht sieht? Am besten gar nicht. Ich werde es jetzt in dieser total rohen Form mir nehmen und auf YouTube schmeißen, in der Hoffnung, dass viele für euch das mitkriegen und damit ihr nicht so enttäuscht seid, wenn es jetzt nicht unlängst losgeht und ihr euch notfalls halt woanders die Arkham-Videos suchen könnt. Und ich glaube, Sarazar wird das auch wieder spielen, wenn das nicht sogar schon tut. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt, um mich nicht vorher zu demotivieren. Gut, von meiner Seite aus war das dann alles dann bis dann und ja, mal sehen, wann es losgeht. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Spätestens bei Arkham Knight, ansonsten läuft ja noch Skyrim und der ganze andere Mumpitz, der schon etwas älter ist. Und ja, ciao.